Moin Moin Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde RAFT 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 Mit dem Mike zusammen Servus Alex ist auch noch im Hintergrund Ich würde ja mitspielen, aber ich weiß nicht, ob das gleichzeitig rendern kann und RAFT spielen kann Das weiß ich auch nicht Oh, jetzt wird es so noch dunkel Jetzt, ja, da hinten steht er schon Der wartet schon auf uns Mit einer fetten Leuchthygiene Du Kacke Ja, Mike, du machst das schon, ne? Das ist voll unfair Ich werde angegriffen und du nicht, oder was? Chris, brauche ich noch irgendeinen Mod? Nee, nur die Mods Ich glaube, wir müssen den hier rin laufen lassen Echt? Okay Oder auch nicht Nee, den müssen wir attackieren Warte doch, der greift dich auch an Der verliert aber Blut Also so Giftblut Warte mal verarschen Warum rendert das so lang? Ah! Oh Gott Mike Nicht Mein Bogen ist kaputt Weiß ich nicht warum Der kriegt wieder was zu essen Ich kann nicht, wir sind gerade mit einem Fein Was hat er denn da? Der wirft mit Stein Wie fies ist das denn? Nix Der pisst dich Ich stech dich ab, du Stück Ich hab keine Munition Ich hab meinen Bogen nicht mehr Schnell einen craften Ich hab einen Bogen gecraftet Der springt, die Sau Ja Wenn der mal einen Lebensbalken hätte, ne? Jetzt frisst der wieder was Jetzt wirft der mit Stein Ach, fuck auf, das spiel ich mich auf Ich bin down Sag bitte vorher, wenn du was craftest Ich crafte Jetzt wieder auf der Insel? Ne, auf meinem Schiff Ja, auf unserem Schiff bin ich So, rollen wir jetzt Ja, ich crafte mir nochmal einen Bogen So, dann können wir Das Gift ist halt nur nervig, ne? Überall Gift hier, Junge Das war Bogen Nummer 1 Jetzt frisst der wieder was Oh wow Jetzt wirft er mit Stein Jetzt ist er mit Junge Dann nehmen wir mal den Paarstuhl 10 Le... Ui Und 10 10 Fleisch habe ich gekriegt Hahahaha 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 Selbst zu stehen? Aus der Renn Erstmal hier oben durchgucken Danke für den Schlüssel Oh Mike, was ist das denn? Was denn? Ich habe etwas gefunden Tarnhaken Tarnachst Titanwerkzeuge Tarnschwert Yeah Oh mein So, wie viel Titan müssen wir denn noch fangen? Halt's Maul da oben Bisschen noch was? Ne Ja, dann lass Fahrstuhl fahren Hau rein Bin ja Der hängt da ein bisschen ab Warum höre ich den immer noch? Der muss ja Der muss ja ein Organ haben Münze Aber wir haben die Wendingmaschinen Gar nicht gefunden, oder? Ah ja Wir kommen ja jetzt ins Gefängnis rein Stimmt Äh, nee Hier ist das Gefängnis Und rein da Ja, hallo Wenn die Ozean Es selbst Broke Civilization Die Survivors Waren nicht mit nichts Aber sie Persistierten Die Vorrede Scouts Rösen Von der Wrechage Defeiert Our Flooded World Und Brought Back Hope Now Utopia Stands Free Once Again Thanks To Their Aktion With This Final Chance We Can Begin The Slow And Difficult Road To Recovery From Today On We Are All Forward Scouts Ready To Discover The Next Step For Humanity Jo Alter Alles mitnehmen Alles mitnehmen Alles Das ist alles Unsers Jetzt Hier Alles Mitnehmen Ah Hier sind Die Vending Machines Was ist das Das sind Lamm Fisch Das ist ja Nice Adetto Ja Mike Wir haben es geschafft Das war ein Wundervolles Projekt Muss ich sagen Tatsächlich Muss mich Tatsächlich Auch bei den Leuten bedanken Die uns Supportet haben Bei den Ganzen Dingen Definitiv Ja Ich würde Sagen Wir gehen Jetzt nochmal Aufs Schiff Zurück Also ich Schätze Mal Es werden Auf jeden Fall Noch Ab und zu Kleine Raft Folgen Kommen Aber Dann halt Auch Nicht Jeden Zweiten Tag So wie Sonst Immer Aber ich Bin Sicher Dass wir Auf jeden Fall Noch ein Bisschen Titanium Sammeln Wenn Auf jeden Fall Noch 1 2 3 4 5 6 7 8 Vollen kommen Ja das Auf jeden Fall So Schauen Wir mal Hier Die ganzen Sachen Hier Alles Klar Titan Schwert 3 Titan Feil Braucht 1 Titan Barren Für 8 Feile Das Ist doch Schon Mal Gut Die Titan Axt Braucht 2 Titan Barren Der Titan Haack Brauchen Wir Sowieso Nicht Die Axt Ist Natürlich Interessant Das Schwert Ja Die Feile Vielleicht Noch Also Respekt An Die Leute Die Das Hier gemacht Haben Ja Definitiv Also Hut Ab Ich bin Da Echt Also Story Mäßig War Das Schon Ganz Geil Auch Wenn Man Auf Den Letzten Rest Sehr Lange Warten Muss Muss Ich Sagen Haben Sie Sich Jetzt Mit Dem Letzten Update Echt Übertroffen Ja Das War Wir Haben Glaube Ich Tatsächlich Nicht Alle Zettel Gefunden Oder Auf Tangora Tangaroa Fehlen Glaube Ich Noch Welche Radio Tower Würde Ich Sagen Fehlt Auch Noch Welch Obwohl Radio Tower Komische Bäreninsel Fehlt Bestimmt Noch Was So Dann Würde Ich Sagen Meine Freunde Vielen Dank Fürs Zuschauen Wir Wünschen Euch Noch Einen Wunderschön Angenehmen Tag Bedanken Uns Natürlich Für Den Überragenden Support Von Euch Bei Diesen Folgen Und Sehen Uns Dann In Den Nächsten Projekten Die Wir Starten Wieder Bis Dahin Hau Da rein Tschöö